Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Legend mit mir Ralfingap hier als Zwerg, weil Zwerge sind die geilsten. Ja, es ist früh am Morgen im Paddel, ist auch mit am Start, guten Morgen schreiben wir mal. Ist sehr geil, es ist wirklich sehr sehr früh am Morgen und ich werde jetzt auch gleich auf die Arbeit gehen, aber dachte mir, hey Leute, es gibt sehr sehr coole Sachen, die ich euch zeigen möchte und zwar hier in unserer Zwergenwelt. Wir haben ein bisschen weiter gebaut und ich dachte mir, das lasse ich euch auf jeden Fall auch mal wissen und zeige es euch. Und zwar habe ich mit Julia, der Miss Lipstick aus dem Chat von Twitch oder der Freundin von Kevin, zusammen einen kleinen Plan ausgeheckt und zwar wollen wir die Türme zusammen ausbauen. Aktuell habe ich im Livestream hier ein bisschen rum gebaut, ihr seht, der Turm ist ein bisschen gewachsen. Wir klettern mal da ganz hoch und ich sollte jetzt nicht verhungern hier, das wäre gar nicht mal so schlecht. Und haben wie gesagt ein bisschen einen Türm weiter gebaut, aktuell geht er nur gerade hoch in die Luft, ist aber noch nicht wirklich der schönste Turm. Das ist aber auch erstmal sekundär, weil ich mit Miss Lipstick dann zusammen das Ganze noch ein bisschen besser ausbauen werde. Es wird auch ein kleines Infovideo, ich möchte euch ein paar Sachen zeigen und zwar zum Beispiel eine Sache, die ist mir ganz wichtig, die Farmwelt. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Ihr seht aber hier, der Turm ist jetzt schon ein bisschen gewachsen. Beim letzten Mal, wo wir hier waren, war das einfach ein Riesenloch. Also es geht voran, ja. Ich hoffe, dass wenn ihr hier euch bei einem Gewinnspiel mitmacht oder die Chance habt, bei Twitch hier einen Account zu gewinnen, wo ihr mitspielen dürft, euch natürlich den Zwerg anstießt. Das ist ja schon mal Grundvoraussetzung. Eine Frage, die oft kommt, wie gewinnt man denn einen Account hier für dieses Spiel? Ich werde jetzt im nächsten Video, im dritten Video, werde ich einen Account verlosen für den Zugang zu diesem Minecraft Legends Server auf YouTube und das werde ich dann in dieser Folge auch erklären, wie das funktioniert. Ist eigentlich total einfach, Leute. Da müsst ihr nicht viel machen. Also das ist schon mal vorab, das ist kein Hexenwerk. Da kann jeder mitspielen. Ist ein Community-Projekt und wird bei mir morgen in der nächsten Folge Minecraft eben erklärt, wie man diesen Account gewinnen kann und mitmachen kann eben jeder. Das hat überhaupt keine, gibt keine Beschränkungen. So, unsere Aufgabe, habe ich ja vielleicht schon erklärt, unser Gott Angus, ja, ich denke mal an Anus, was mich gerade echt irritiert ist, warum die ganzen, warum die Karte weg ist. Die war schon mal viel größer. Gestern war doch die Karte viel größer. Was denn hier passiert? Hat jemand abgebaut? Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Was dazu gekommen ist, ist diese wunderbare Kette hier oben drüber, was ich sehr geil finde. Hier hat sich jemand durchgebaut, was ich auch gut finde. Und, ah ja, gut hier, hier da oben haben wir noch ein Hütchen. Das ist im Berg drin, finde ich auch ganz geil. Und, ähm, passt mal auf, ey, ich habe hier einen Gang gefunden. Der war richtig, richtig cool. War das der Gang hier? Äh, oh, hier wird auch schon weitergebaut. Guck mal, die Zwerge, die Zwerge rocken einfach. Die Zwerge rocken einfach die Bude hier. Leute, nichts auszuhalten. Ich habe doch, man, 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 Zwerge, wie gesagt, die Zwerge graben überall mal Gänge rein. Ach, ich glaube, es war hier. Ein sehr langer Weg. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen laufen. Aber das muss ich euch zeigen. Ich persönlich fand es nämlich sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich mag diesen Baustil. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich habe nämlich leider nicht meine Buffs gerade drauf als Zwerg. Was Nachtsicht wäre und schnelleres Abbauen, also Haste und Lightenwischen, während die Buffs als Zwerg die haben sollte. Ist leider noch nicht implementiert, wie ihr seht. Aber ich habe schon eine komplette Eisenrüstung, was sehr geil ist. Und auch viel Eisen. Ich habe gestern im Lifestream fleißig gefarmt. Ihr seht, der Weg ist lang. Das ist ein langer, schwarzer Tunnel. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich kann da meine Fakke setzen. Yay, wir haben kurz was gesehen. Okay, laufen wir so rückwärts, dann ist es irgendwie ein bisschen... Doch, wir entfernen uns von dem Licht. Und wir graben und graben. Ja, die Zwerge und der Ralf kann nicht singen. Das habt ihr gerade beide rausgefunden. Ein cooles Volk, schlechter Sänger. Alles aber halb so wild. Bitte vergesst nicht, dieses komplette Projekt lebt bei mir, als auch bei Kevin Cheatheim, hauptsächlich vom Loistream. Das heißt, wer nicht meinen Kanal kennt, Twitch TV, Rall... Twitch TV, genau, dann Ralfänge TV. Da bin ich unterwegs. Schaut mal vorbei. Jeden Tag streame ich da. Und es geht immer richtig ab. Macht voll Spaß, Leute. Wie gesagt, verpasst ihr was. So, und da wären wir angekommen. Bei der Hütte von dem guten Devil Dunkey. Und ich mag diesen Baustil sehr. Ich finde es extrem geil, wie es hier in die Höhle reingeht. Und wie er hier in den Berg die Front gebaut hat. Und das ist einfach nice. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Also hier bitte weitermachen. Das wollte ich euch mal zeigen. Weil es einfach wieder so typisch Zwerggassen und langer Tunnel... Und auch hier dieser Tunnel ist geil, oder? Leute, stell dir mal vor, dieser Tunnel geht genauso dahinter. Also ich bin wirklich immer sehr gespannt, wie die Leute sich hier entwickeln. Was es alles gibt. Und wie das hier weitergeht. Wie gesagt, ist ein Hammer-Projekt. Und es spielen viele Leute mit. Zander, habt ihr bestimmt mitbekommen, hat Videos gemacht. Craps One, Darlucard, Petrit, Kevin sowieso, T-Time-TV. Alles Namen, die man kennt. Und meiner Meinung nach auch einfach unglaublich unterhaltsam, was die Jungs da rausgehauen haben. Zieht es euch rein. Schaut auch auf deren Kanäle vorbei. Die Rassen wurden natürlich fleißig verteilt. Weil Zandaren zum Beispiel sind ja die Unterwassermenschen. Oder Unterwasser, was auch immer. Fische. Und da ist Craps One zum Beispiel dabei. Und der gute Zander natürlich. Darlucard ist Zwerg, so wie ich. Dann ist der gute Petrit, wenn ich mich nicht täusche, ein Elf. Und der Kevin ist ein Mensch. Und die werden wir jetzt mal besuchen. Ich habe nämlich voll Bock, mal zum Beispiel zu den Elfen zu gucken. Bei den Elfen war ich noch nicht. Die werden auch noch irgendwie nicht so richtig beleuchtet. Die Elfen haben, glaube ich, können höher springen. Einhalb Blöcke und haben weniger Fallschaden, wenn ich mich nicht täusche. Hier ist nochmal ganz kurz das Quest, was wir gerade haben. Ganz, ganz wichtig. Ich lese nochmal vor. Quest von Angus, einem heiligen, ein heiliger Ort. Ihr winzigen, aber dennoch mächtigen Zwerge. Hört mich an. Es ist voll diskriminiert, dieser Arsch von Gott. Da muss ich echt nur sagen. Angus, Mann, ey. Na gut. Mein Name ist Angus und ich bin Ursprung allen Lebens. Erschaffer der Welt. Jeder Stein und jedes Lebewesen sind das Resultat meiner grenzenlosen Liebe. Naja gut. Er hätte es mich ein bisschen hübscher machen können, du Scheiß. Na gut. Auch ihr. Na danke. Zum Beweis eurer Treue und eurem lieben Liebe zu eurem Gott, möchte ich am Tag meiner Rückkehr, den 23. Februar, also in gut zwölf Tagen, eine mächtige Halle vorfinden. Eine mächtige Halle, die müssen wir noch bauen. Dies ist einem Gott, das würdig ist. Okay, das wird sehr interessant. Die Halle haben wir noch nicht gebaut. Diese Halle soll eine Landkarte 6x6 Blöcke und eine Tafel 6x6 Blöcke enthalten. Alles klar. Tafel, Blöcke, Halle. Solltet ihr nicht erfolgreich sein, wird meine grenzlose Wut und man zahlen euch Winzlinge zerschmettern. Nicht cool. Bestrafung eine Woche lang, keine Nachtsicht. Okay, das heißt, der Buff Nachtsicht ist mir weg, das will keiner. Also müssen wir fleißig bauen. Das Ganze natürlich wieder im Livestream, wie ihr es gewohnt seid. So, ich gehe jetzt mal kurz in die Farmwelt. Heilige Scheiße, Leute. Ist das die Farmwelt? Was ist denn hier passiert? Leute, ich bin voll ge... Was zur Hölle? Aber Hölle im wahrsten Sinne des Wortes. Not serious. Also ganz ehrlich, gestern waren es hier riesen Wasserflächen mit riesen Säulen. Davor hatten wir eine unglaublich geile Biome-Welt mit Natur. Und jetzt haben wir das hier. Ey, die Farmwelt ist jeden Tag der Hammer. Ich bin sowas von geflasht. Was ist das denn? Ich will auch gar nicht mehr durchfarmen und ich finde es auch geil, dass hier Zandanköpfe auf so Stöcken drauf sind. Voll geil, Mann, ey. Nieder mit den Zandaren. Es lebt die Zwerge, meine Freunde. So. Der Zorn ist eigenes. Voll geil, Mann. Seid gegrüßt, Winzlinge. Einer meiner Diener hat mir zugetragen, dass ein Verräter euch gibt, der meine Namen verspottet. Oh, das bin ich aber nicht. Um euch meine Macht zu trümzieren, nehme ich euch, euer geliebten Ozean. Ja, krass. Ja, wie krass ist das denn? Ich feiere das ja so extrem, Leute. Haha. Die Zandaren, ey. Drei Zandaren müssen ihr Leben für einen lassen. Beim nächsten Mal werden wir ihr Leben lassen. Hallo, Spieler. Du solltest wissen, dass Angus als Gott in der Lage ist, alles zu hören und zu sehen. Deshalb solltest du es nicht riskieren, ihn zu provozieren. Die Strafe für den Fehler eines Spielers betrifft direkt alle und die Macht von Angus direkt allen zu demonstrieren. Die Strafen werden je nach Beginn schlimmer. Viel Glück. Du solltest euch... Das sollte euch eine Lehre sein. Ey, was haben denn die Zandaren eingestellt? Was ist denn da los gewesen? Ey, guckt euch das mal an. Hey, vier Zander. Was hat er gemacht? Ich bin ja mal sehr gespannt. Da muss ich den Jungen mal fragen. Ja, das ist natürlich mal sehr krass. Also hier in dieser Farbe gibt es kein Wasser, sondern Lava. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Ich breche ja zusammen, ey. Es ist ja nicht auszuhalten. Zieht euch das mal rein. Oh, da hinten ist Wasser. Na gut, da dran. Können sie nicht schwimmen. Gut, ich will hier gar nicht weitergehen, aber zieht euch das rein. Die Hölle auf Erden. Alles klar. Und das mit den Zandaren, da müsst ihr mal bei Zander gucken, was der da angestellt hat. Also, wenn es ein neues Video rauskommt, fragt mal nach, was da schiefgegangen ist. Schöne Grüße von den Zwergen. Also wäre schon nett, wenn ihr dann ihm unter den Videos auch sagt, pass mal auf, die Zwerge, die sind die coolen, die kleinen, mit den stinkigen Bärten. Aber das sind die coolen, ja. Ich würde jetzt mal gerne zu den Elfen, aus dem einfachen Grund, weil ich hier selbst noch nicht war. Die Elfen haben natürlich auch eine Aufgabe bekommen. Wir sind jetzt gerade hier im Portal der Elfen. Wie ihr seht, Natur, ja, naturorientiert das Ganze. Das Portal ist auch sehr schön, muss ich sagen. Und, ähm, ganz anders als bei den Zwergen. Das, was hier in der Ante, ähm, so eine, wie soll ich sagen, unterirdischer, ja, also eine Höhle halt ist, ne. Was nach einer Mine endet. Hier, ganz klar, das Biom auch, Natur und Bäume, super geil. So, wir hüpfen mal hier ein bisschen durch die Gegend und gucken einfach mal ein bisschen hier weiter rein. Ich weiß nämlich, dass Wintermond LP, meine gute Moderatorin, auch bei den Elfen ist und, ähm, sich ein Häuschen baut. Okay, das da oben sieht eher aus wie Eiche rustikal, die Bauweise. Ich bin mir nicht sicher, ob das, das war, glaube ich, nicht Steffi, nein. Jetzt nur die Frage, wie findet man dann hier in diesem Wald, oh, da vorne sich, oh, geil, schaut euch das mal an. Oh, nice. Also, ich weiß, dass, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Kunga, genau, Kunga hier auch bei den Elfen ist. Alles klar, also gut, diese Hütte da drüben, das vergessen wir ganz schnell wieder. Da hinten sind auch noch irgendwie so, 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 ja, das sieht ein bisschen nach einem Block aus. Aber das hier mal geil hier, oder? Ist das nicht mal ein schönes Haus? Wir hüpfen mal schnell da rein. Im Übrigen, man kann hier nicht farmen, ja, also man, 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 man kann schon farmen, aber hier gibt es nichts zum Farmen. Ganz kurz noch ein Brötchen reinschmeißen hier. Nicht, dass der gute Reif verhungert. Schauen wir mal, ob es denn hier irgendwo eine Haustür gibt mit dem Namen, wer der Erbauer dieser Hütte ist. Dekobau 2.0 von Wintermund. Da habe ich doch, da habe ich den richtigen Riecher gehabt, ey, Reif, nicht schlecht. Dann schauen wir mal kurz ein bisschen vor die Tür. Weizen, auch echt cool gemacht hier. Also, ganz ehrlich, Steffi, super, super, super. Übrigens, Wintermund LP gibt es auch auf YouTube, ähm, Link, äh, verlinkt bei mir auf der Hauptseite, auf der rechten Seite. Einfach mal vorbeigucken. Die Steffi freut sich bestimmt. Vielleicht nimmt sie auch mal hier Mannschaft auf, ich weiß es nicht. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, so geil, wie dieser Baum aussieht. Also wirklich, Elfen, geil. Also, das ist schon mal vom Thema her, würde ich sagen, 1A. Also, super, einfach genial. Richtig cool, auch mit den Blöcken dazwischen und so, nice. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch die Hütte von Kunga finden. Der müsste irgendwo hier drüben sein. Den Menschen können wir auch noch vielleicht einen Besuch abstatten, wenn es noch die Zeit der Folge erlaubt. Und, ähm, ja, hier drüben haben wir schon mal eine Treppe gefunden. Das ist schon mal gut. Das könnte gut sein, dass wir hier auf dem richtigen Wieschen schaaf. Ansonsten wäre es da noch mit dabei. Aktuell spielt noch mit, glaube ich, der Spielpirat. Play Camp Schaaf hat noch angefangen, hier mitzuspielen. Ähm, und, ähm, es wird aber, wie gesagt, ein Community-Projekt, Leute. Bitte nicht sagen, ja, jetzt sind hier nur lauter YouTuber. Nee, wow, das sind aber schöne Schuhe hier. Die nehmen wir nicht mit, das wäre Diebstahl. Ähm, es wird ein Community-Projekt bleiben, Leute. Ihr werdet definitiv teilhaben an dem Ganzen. Ihr dürft hier mitspielen, es wird weiter Verlosungen geben. Warte, aber ich schau mal kurz, ob ich von hier irgendwie die Hütte sehen kann. Das ist das Born. Aber da drüben ist das. Da sieht man schon an der Krone, wie geil das aussieht. Aber das hier scheint einfach nur eine, nur eine Kistenwelt zu sein. Hier ist noch nicht wirklich was gebaut. Gut, ich will mich jetzt auch nicht verlaufen im Elfenwald. Ah, da hinten ist was. Gucken wir mal. Und, ähm, hauptsächlich verlosen wir aktuell auf Twitch-Zugänge. Wir hauen da wirklich die Dinger raus. Alle halbe Stunde oder Stunde sind wir aktuell dabei, im Twitch, G-Time TV, ich, Ralfinger TV, ähm, die Accounts wirklich rauszuballern. Und die Leute werden auch sofort freigeschalten. Also, schaut da vorbei, wenn ihr mitspielen wollt. Ähm, bei mir morgen hier auch eine Verlosung. Wie viel es dann zu verlosen gibt, weiß ich gerade selber noch nicht, Leute. Werde ich mit Kevin noch abquatschen, aber es wird, ähm, definitiv, äh, werden genug Accounts für alle da sein. So. Jetzt muss der Reifende gucken. Der kleine Zwerg, der kleine Reifige Zwerg hier. Ähm, Dinger Hole. Wie man hier wieder rauskommt. Äh, ich merke nämlich gerade, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen, äh, verwirrt. Zwerge im Elfenland, das ist nicht unser Metier hier. Da muss man wieder, hier müssen wir, ich will wieder zurück in meine Erde. Lasst mich wieder unter die Erde, Leute. Ich muss Löcher graben. So eine Rumgesuche hier, das ist nichts für Zwerge. Ne, ne, ne. Da bin ich schon wieder falsch. Also gut. Während wir, ja gut, ich, ich habe jetzt leider Kungers Hütte nicht gefunden. Aber das können wir, oh, da oben ist auch noch was. Okay. Wir werden auf jeden Fall den Elfen mal wieder einen Besuch abstatten in ein paar Folgen. Aber jetzt, ähm, erstmal wieder versuchen hier. Ah, da warte, Ralf, wo bist du denn hier gelandet? Was ist denn das für ein, ey, was ist denn das für ein Riesenbaum auch überhaupt? Warum ist das Ding so groß? Mann, Mann, Mann. Ich mit meinen kleinen Zwergenfüßen. Lauf mir hier in Wolfe. Ah, da. Juhu, wir haben es geschafft. Alles klar. Wir sind zurück. Und, ähm, wir können mal ganz kurz, ich glaube, wir gehen doch nochmal zu den Menschen, Leute. Da haben wir ein bisschen Bock drauf. Wie gesagt, die Buffs der Elfen habe ich euch ja erklärt. So, die Frage ist jetzt nur, wir kommen wieder zurück. Ich glaube, da muss ich hier zum Flugschiff. Auch sehr schön, wie das hier gemacht ist. Muss ich wirklich sagen. Oh, nicht da runterfallen. So, wir sind hier wieder im Baum des Lebens, Leute. Den sollten viele kennen. Sehr geiles Gerät, im Übrigen. Dann nochmal ein dickes, dickes Lob ans Bauteam. Ganz besonders, sei laut Tim möchte ich mal grüßen. Der Kerl ist so gut drauf, ey. Und ich mag den, der ist mir so sympathisch. Wenn du das hier liest, sei gegrüßt. Oder wenn du das hier liest, soll ich wach sein, wenn du das hier hörst. So, Menschen und Zwerge. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zu den Menschen. Zu den dickigen Menschen, ja. Kevin, Kevin, ey. Das ist auch schon voll der, so, so ein Kleinkrieg, so ein Verbal entstanden zwischen den Völkern. Wer die letzte Folge von Zander gesehen hat gestern, der hat dann auch gleich, die sind alle so, so ein bisschen, weiß ich nicht, die machen alle so einen auf E-Dimension, ne. E-Dimension sag ich schon, E-Di-Zwerge, ja. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach das coolste Volk ever. Ihr werdet auch bald sehen. Ich werde mich auch ein bisschen anpassen an mein Zwergenvolk im Livestream. Da habe ich was für euch vorbereitet. Wird noch ein bisschen dauern. Seid gespannt, schaut vorbei. Das wird bestimmt sau lustig. Ich feiere das jetzt schon extrem hart, obwohl ich nur die Idee bis jetzt gerade im Kopf habe. Ich muss schon lachen. Also, ähm, es lohnt sich immer vorbeizugucken. So, jetzt, ähm, bin ich aber trotzdem gespannt, wo geht's denn hier schon wieder raus, man. Leute, was, ah, warum ist denn immer so kompliziert hier? Warum kam ich nicht aus dem Turm einfach raus? Zwerge, ja, da, seht ihr ja da. Mensch, hier ist es ja, diese Kathedrale ist aber auch eine epische Kathedrale. So, hier, ah, okay. Hier wird auch schon fleißig gebaut mit der Kater, sehr gut. Ich höre ein Skelett, da sollten wir uns vielleicht mal ein Schwert holen. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt eine Taverne, die Kevin am Bauen ist, ne? Da ist es, genau. Da ist die Taverne. Die ziehen wir uns nochmal rein. Da ist nämlich Kevin sehr stolz drauf, dass wir fleißig am Bauen. Dem Keller baue ich nachher weiter, alles klar. Dann gehen wir erstmal hier durch die, äh, durchs Erdgeschoss. Nach der langen Reise habe ich dich in deinem neuen Projekt gefunden. Ich hoffe, du kennst es noch. Legend, ich hoffe, es wird so toll wie Craft Attack. Es wird besser, Leute. Es wird einfach besser. Haha, Glöckchen klingt, Zander stinkt. Nice, Kevin, man. Läuft bei dir. Oh Gott, es gibt so viele versteckte Details hier in diesen Mails, in diesen Häusern. Ich feiere das so extrem, Leute. Ich finde das so geil. Also wer jetzt diesen Spruch nicht veranfangen kann. Äh, wie gesagt, ähm, Twitch, G-Time TV, Ralfinger TV, Zander LP, etc. Oh, ein Hase. Wer ist das? Mike. Leute. Leute. Ich glaube, Kevin dreht euch. Ich kann Mike nicht töten. Ich kann Mike nicht töten. Ich kann keinen Hasen töten. Ich kann das nicht. Oh Gott, ich hab's getan. Leute. Ich muss weg. Ich muss ganz schnell weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Und ich würde sagen, das mit Mike hat keiner gesehen. Das war, oh Gott, ein Skelett. Oh Gott, oh Gott. Leute, das mit Mike, ein Zwerg tötet keine Hasen. Das machen wir nicht. Das tut mir leid. Das war ein, das war ein Unfall. Es war ein Unfall. Und bis zum nächsten Mal. Pssst, nix verraten. Ciao. 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 Tschüss. Vielen Dank.